Wir weisen Testpersonen, die gamma-strahlende Hochenergie-Portal-Technologie verwenden möchten, darauf hin, dass sie eventuell über Vorschriften informiert werden. Weitere Informationen über Vorschriften sind weder erforderlich noch erhältlich, und sie sind ein hervorragender Testkandidat. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wirklich sehr gut. Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Kuchen und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen. Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020